Jo Leute, was geht ab? Euer Beats, heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind hier gespawnt und es sieht eigentlich ganz aus wie immer. Wir sind hier mit ein paar verschiedenen Skulpturen. Momentchen mal, ist da irgendwas? Sind die echt? Ne, die sind nicht echt, oder? Oh, 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 hallo! Moin! Hallö, was ein, was ein Reinkommen von Phil. Wir haben eine coole Map am Start. Was genau jetzt passiert, werdet ihr jetzt sehen. Lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Falls euch das Ganze gefällt, einfach mal ein Like da lassen und gerne, um keine weiteren Videos zu verpassen, natürlich der Beats Army beitreten und auf Abonnieren klicken. Hier unter dem Video. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Also Phil, ich erkläre dir das Ganze mal. Du bist hier gespawnt. Hier ist ein Start-Button. Hier sind so ein paar verschiedene Informationen und Regeln und so weiter. Die sind aber unwichtig. Und ich würde sagen, wir drücken einfach auf Start. Oder willst du drauf drücken? Ja, okay. Ich drück mal drauf. Okay. Ähm. Das ist... Wir müssen hier einen Button suchen. Das ist nicht, äh, das Ding. Ja, wir müssen gleich einen Button suchen. Was? Guck mal, äh, ich weiß nicht. Hinter den... Weißt du, kennst du den schon? Nein, nein, nein. Ich hab mal auf den Button geklickt, aber ich hab gar nicht gemerkt, was da stand. Okay, da steht halt, das ist nicht der Button. Okay, gut. Äh, ich würde schätzen, entweder hinter den... Aber geht das? Irgendwo hinter diesen... Weiß ich gar nicht. Oder unter den Kisten. Guck mal. Siehst du? Unter der Kiste. Als ob. Hä? Auch nicht. Hä? Nicht der Button? Hä, was? Ja, hier ist nochmal einer. Ach so. Auch nicht? Was? Da ist keine Ratte. Hier ist der letzte. Hier ist auch noch einer. Dann ist es der. Ja. Was? Auch nicht. Hä? 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 Was? Hä, wo ist der Button? Wir können nicht mal das Spiel starten. Wir sind zu doof, das Spiel zu starten. Jürgen. Aber ich glaube, das geht hinter. Also ich weiß, es war mal so. Aber du musst halt hinter jedes Ding gucken, ne? Alter, das ist krass. Wie du so was findest. Ja. Bis du da was findest. Drei Jahre. Aber das steht dann so ein bisschen ab. Das sieht man schon relativ auffällig. Okay. Ach doch, doch, doch. Ich hab's. Ich hab's. Guck mal hier. Hast du's? Willst du sehen? Hier. Ja, ich schaue. Alter, das ist krass gut gemacht. Siehst du es? Äh, ja, ja, ich sehe ihn. Aber jetzt kann man drauf... Doch, das... Ich dachte ganz kurz. Ich auch. Ich dachte ganz kurz, das ist nicht das. Okay, jetzt musst du, glaube ich, noch mal draufdrücken. Oder bist du auch DP'd worden? Jetzt sind wir hier auf so einer Insel und müssen weiterfinden. Ja, ich habe sogar... Okay, du kannst nicht rausfallen. Also, hä? Hier ist ein Schweinchen. Ah, das ist gut. Ja. Ein bisschen Pulled Pork. Aber man kann hier nicht rausfliegen. Also, die Seite ist auf jeden Fall schon mal weg. So gesehen. Und... Ist kein... Ist es ja easy, oder? Auf so einer kleinen Map hier. Eigentlich schon. Ich... Ich habe ihn. Sag... Warte, warte. Das ist bestimmt wieder so ein Troll. Wenn es so einfach ist, wo ist er? Ja, hier oben hinter mir. Loll! Da ist halt ein Command-Block direkt drauf. Soll ich ihn mal aktivieren? Ach so, du dich mal? Ja, das war's schon. Jo, es war's wirklich. Alter! Hier ist jetzt alles überdunkel. Siehst du was? Ne, ach so, ne. Ich wurde nicht DP'd. Ah, okay, warte. Jetzt sind wir in so einer Art Öle. Wir haben uns was zu essen gegeben, tatsächlich. Und jetzt müssen wir hier einen Button finden. Aber tatsächlich, also es stimmt schon. Das sieht hier schon relativ einfach aus, sodass es gar keinen Button geben kann, so weißt du. Ja. Hier sieht es auffällig aus. Oha. Hier sind Dias und... Darunter, ne. Man kann nicht runterfliegen immer. Das ist hier das Besondere quasi. Ja. Aber ich sehe nichts. Ne, hier ist nichts. Irgendwo in der Ecke bestimmt. Meinst du? Ich glaube schon. Oder unter Wasser? Da habe ich auch schon geschaut. Gibt's nicht. Hä? Irgendwo an der Decke? Das ist halt... Moment mal. Das ist tricky. Ne. Ich denke jetzt überall, das sind Buttons. Das sieht alles aus wie Buttons. Vor allem, wenn es Stein auf Stein ist. Ja. Es sind übrigens nur Steinbutton. Also keine Holzbuttons oder sonst was. Oha. Okay. Lol. Guck mal hier. Man sieht den fast gar nicht. Oben drauf. Guck mal. Wie tricky. Man hat's fast nicht gesehen wegen Stein auf Stein. Ja. Okay, krass. Das war echt krass. Okay, gut. Jetzt geht's, glaube ich, ein bisschen an. Ich glaube, ich habe direkt schon den nächsten. Moment mal. Warte. Ja. Ähm, hier ist ein Holzbutton. Attention. Siehst du, jetzt, das ist das, was ich meinte. Das war in der Beschreibung, stand da schon. Es ist ein, äh, ein Steinbutton und kein Holzbutton. Ich habe gerade schon gedacht. Kein Witz, ich hätte den nicht gesehen. Was? Na, ich hätte den nicht gesehen. Jetzt ist es nicht gesagt. Oh shit. Das ist ja auch zu einfach, glaube ich. Ne, ne. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Und dann, äh, Jump'n'Run-mäßig irgendwie weiter. Kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Ne, hier ist aber erstmal nichts. Da ist eine Kiste oben. Lol, hast du es gesehen? Ne, ich sehe es noch. Warte, ich... Ach, ja, klar. Da ganz oben. Ja. Warte, was ist da drin? Aber da ist, glaube ich, kein Button drin. Ja. Ah, warte mal. Hier ist, äh, hier ist ein Ice-Smelter. Ein, ein, ein Schmelzgerät quasi. Also eine Fackel. Was? Und man muss dann Eis schmelzen bringen. Wahrscheinlich das Ding hier, oder? Das kann echt sein. Ja, mach mal. Was steht hier? Ich muss auf Eis passieren. Also, wenn es auf Eis nicht klappt, soll ich es auf die Barriere platzieren. Okay, warte. So, jetzt müsste das schmelzen, oder? Ich hoffe mal. Da geht es auf jeden Fall runter. Ja, ja, ich glaube, das ist richtig. Okay, die Frage ist, wann schmilzt die Scheiße. Ah, doch, 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 ist es weg. What? Aber man kann doch nicht runter. Ja. Hast du nicht gewusst, dass es klappt? Ne. Oh, crazy. Ja, genau. Ja, nice. Okay, jetzt kannst du hier runter. Wunderbar, das sieht richtig aus, oder? Ja. Ja, nein, hier ist nur ein Holzknopf. Als ob. Willst du den mal drücken? Oh, er sagt, hörst du überhaupt, was wir sagen. Oh, nein. Als ob wir jetzt wieder ganz hoch müssen. Ja. Da, ich hab, was? Wie tricky. Okay, da oben ist einer. Oh, shit. Ja, gut. So, ich bin auch depillt worden. Sehr schön. Und jetzt geht es weiter im Void. Okay, so heißt es. Also, das ist, glaube ich, schwierig. Ja, hier ist es irgendwo versteckt. Irgendwo. Ich rechtsklicke einfach die ganze Zeit, weil Stein auf Stein, du kennst es. Ja. Das ist katastrophal. Aber ich glaube mal, das kann man schon erkennen, aber ich glaube mal an der Decke ist es diesmal. Guck, du an der Decke, ich gucke so die Steine an, okay? Okay. Also, wie läuft es ein bisschen schneller, wenn wir das so mischen? Ja. Ah, ich dachte ganz kurz, aber ich bin oben auf der Gluckkarte. Ich dachte, für eine Sekunde, ich hätte es gefunden. Jo, okay. Es ist zu... Hast du ihn? Ne. Das ist... Das dauert ein bisschen, bis wir das hier finden. Es könnte ja überall sein. Das ist echt krass. Aber du guckst oben, ne? Überall. Ja, ich gucke... Ja, ab und zu unten, aber ich kann oben gucken. Aber ich habe das Gefühl, da ist nichts. Hä? Das wäre sonst aufgefallen, oder? Ja, ja, klar. Natürlich. Und hier gibt es noch keinen... Hab ich ihn? Ich habe ihn, glaube ich. Das hat man... Ich wäre fast wieder weggegangen. Das ist doch ein Button, oder? Ja, das ist ein Button. Alter! Was? Ich bin krank. Das ist echt... Das ist echt hart. Oha. Alter. Okay. Und hier steht immer die Schwierigkeit drunter. Hier war zum Beispiel hart. Also hier ist es wirklich hart. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist in der Lava. Kann das sein? Geh mal in die Lava. Es gibt zwei Lavaquellen. Hier in der Mitte ist so eine Druckkarte. Ja, Lava ist halt immer dieses Klassische. Oh, ich habe was gefunden. Was? Eine Kiste mit Wurftränken. Warte, ich kann hier mal... Oh, Feuerresistenz gehen. Hä, wo ist denn die Kiste? Feuerresistenz gehen. Ist keine Kiste. Doch, ich habe einfach in die Lava random geklickt. Ah, loll. Ah, stimmt unten. Yo, Feuerresistenz. Da oben ist doch Save, die Lava. Ich wäre jetzt irgendwo hier reingesprungen, aber... Doch, ich habe hier... Ich habe... Ich habe... Hä? Ich habe... Ich war ganz oben in der Lava. Oh mein Gott, it's not a wooden button. It's a stone button. Okay, gut. Ich habe es geschafft. Okay, warte, ich komme auch hoch und gucke. Du bist hier hoch, ne? Ähm, ich weiß nicht mehr, aber einfach klicken dann. Ich habe einfach gespammt. Okay. Hier, oh. Ach so. Hier ist noch ein Holzbutton. Wie oft muss ich es dir sagen? Alter, du bist noch weiter hoch. Krass. Ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich da oben. Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Ja, ich habe es. Ja, nein. Das ist halt echt mega schwer eigentlich. Wir lachen gerade rein. Bisschen, bisschen schon. Okay, hier ist außen... Nichts. Hier ist ein Jump'n'Roll. Ein Steinbutton würde man sehen. Jump'n'Run, sagst du? Ja. Ich bin gefällt. Okay, komm, wer es zuerst schafft. Ich brenne immer noch, Alter. Diese Feuertextu geht nicht weg. Oh, Mann. Oh, shit. Und jump. Alter, das ist doof. Wir können uns ja gegenseitig jetzt hitten. Ach, oh. Ich habe auch gefällt. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ich auch. Ich meine, man kann jetzt gegenseitig gegeneinander so laufen. Weißt du, ich meine? Deswegen schafft man es. Ja, ja. Bisschen schwieriger. Okay, ich lasse dich mal vor. Am besten. Ja, weil der Boss muss halt... Oh, scheiße. Alter, die schieben dich weg, die Teile. Moment mal. Oh, ich hätte warten sollen. Alter, nein. Du knallst halt hier gegen das andere Ding. Ja, eben. Ja, okay, ich habe es, ich habe es. Moment, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Guck, easy, easy, easy. Und? Nochmal geschafft. Und? Nochmal geschafft. Okay, ich bin am Ende. Letzter Sprung. Oh, geschafft, geschafft. Aber mega knapp. Okay, die Frage ist, ist es hier oben? Ich schaffe es jetzt auch. Hier oben ist nicht mal was. Was? Moment, safe. Oder warte mal, da, man kann es explodieren lassen, glaube ich. Nee. Doch, das, oder? Doch, da, 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 da. Hier, das ist ein Button, oder? Nope, not the button. Hä? Was, aber das ist ein Steinbutton. Oha. Eigentlich können wir die Dinger immer weg explodieren lassen. Nee, geht nicht. Okay, es geht nicht. Okay, das war nicht der Button. Dann vielleicht hier. Oh, scheiße. Oh, maaaann. Müssen wir jetzt alles nochmal... Ja, eigentlich ist es Jump'n'Run jetzt nochmal neu, oder? Ich glaube schon. Oh, nee. Ach, die trollen uns den ganzen Tag. Ja. Oh, man. Nur ein Sprung. Ja, nur der eine Sprung ist schwierig. Ja, sonst geht es tatsächlich. Warte mal. Hä? No, it's just a prank, bro. It's a crack button. Hä, das war doch der richtige Button? Ist... Jo, ich wurde teped. Die haben es voll verarscht. Was? Und wir dachten die ganze Zeit... Okay. Oh mein Gott. Jetzt ist das Maschen, ne? Außen gibt es wieder nichts. Guck mal, eh. Das ist safe im Pilz. Im Pilz, ja, hätte ich auch gesagt. Aber das ist auch nichts. Aber das ist vielleicht eigentlich sonst. Ja, eigentlich schon. Warte, außen kann man da langen? Was? Okay, jetzt bin ich überfragt. Hier gibt es ja nichts. Vor allem außen kannst du nicht hin. Die sind alle abgesperrt. Weißt du? Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Das ist echt krass. Ja, nee, das ist nur Schatten. Okay. Wo soll hier verflucht nochmal ein Button versteckt sein? Ich suche es gerade auch. Warte. Jede Hint? Ja, ja, bitte. Ein Tipp. Jetzt kommt was? That's for a barrier hole in the wall. Ein Barrier Loch. Als ob. Ach, jetzt hat man auf einmal, jetzt sieht man auf einmal die Umrandungen. Wenn du an die Wand gehst. Ach so. Doch, hier, hier, hier. Ich habe es gesehen. Was? Hier ging das Ding weg. Hier muss was sein. Ach so, da unten. Ich weiß es nicht. Nein, aber ich ging im R5 hier durch und hier hat er dann, siehst du, genau hier hinter mir. Hast du es? Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Als ob, als ob, als ob. Ja. Hä, und? Hier, da kannst du hochspringen. Durch. What? Aha, und hier unten ist es versteckt. Was? Krass, das war echt heftig. Geschafft. Als ob. Das letzte war echt, also es war echt heftig. Das war heftig. Oh mein Gott. Aber es waren richtig coole Verstecke, muss man sagen, es waren vor allem neue Verstecke, die man noch nicht kannte. Ja, ich würde sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut bei dem lieben Let's Fill vorbei und ansonsten abonniert meinen Kanal. Es gibt jeden Tag neue Videos. Abonnieren ist kostenlos. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Beats. Ciao.